Yo, was geht ab? Was hast du denn du da schönes Feindes auf dem Tisch stehen? Heute wird's heiß. Heute wird's richtig heiß, oder? Ey, bei den kalten Temperaturen auf jeden Fall, ja. Und du? Bist eine stille Zuschauerin? Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauern geeignet. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Ich hab mir heute mal den Tim gestoppt. Wir probieren heute was komplett verrücktes aus. Und zwar schauen wir mal ein verrücktes Leben. Die Hotchip-Challenge. Ich bin mal so gefragt, wie kommt den Tisch noch mit? Ey, bitte, ja. Wir müssen uns hier richtig, richtig, richtig gut ausbürsten. Wir haben Milch da, wir haben Brot da, wir haben Bier da zur Genüge. Denn er bringt Brot nach Hause. Brot nach Hause. Ey, ja, mal Preparate... Preparate... Prepare schon mal, bitte. Ey, ich hab selber, glaub ich, noch nie so wirklich was ultrascharf ausprobiert. Außer diese Ramen-Nudeln, diese schwarzen. Sind die scharf. Ja. Ich hab hier auch noch... Ich hab hier auch noch... Aber das Ding hier, das brennt wirklich alles weg. Ey, warte, warte, warte. Warmer. Vermeiden Sie den Verzehr, falls Sie allergisch auf schärfe Chilis sind. Auf scharfe Chilis oder... Caps... Caps... Was? Caps... 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 Challenge, zack! Eww! Warte, denke ich, da mach ich ja mal ein, die Sauber und lange selber so. Es ist wirklich nur ein einziger Chip und der hat bis zu 2 Millionen oder 2,2 Millionen Skurril. Läuft. Aber das ist ein Chip, der ist getränkt in den Carolina Reafer geführt. Wieviel Cupside Gin ist tödlich. Ja, äh, ja? Lassen wir uns doch mal umarschen. Ist da jetzt Bock drauf, oder was? Was ist das eigentlich? Ein Sarg? Ist das ein Sarg? Ja, das sind Särge. Du konntest also bis zu 3 Särge bestellen. Ich habe noch einen da. Für wen? Ich glaube, ich werde danach keinen. Ah, geil! Hier sind... RIP! RIP! Ah, da sind sogar Handschuhe dabei! Einer! Einer? Nee, warte, warte, warte. Du brauchst ja natürlich mit zweihändig essen. Caution, versichert dir ein unvergessliches und feurig scharfes Erlebnis. Der ist nicht groß. Der ist nicht groß, aber der ist teufelisch scharf, wie gesagt. Wollen wir, Herr Doktor? Aber schon komplett einmal rein und beißen? Ja. Also, wie sagt man das, wenn du was genießen möchtest? Hör doch auf! Hör doch auf! Hör doch auf! Hör doch auf! Mach das doch nicht! Ich schwöre, der ist schon abgelaufen. Ich schwöre, der ist abgelaufen. Ey, darf ich mal dran lecken? Das geht so nicht. Wo ist deiner? Der ist noch drin, aber warte mal. Der ist ja schwarz, wie die Hölle. Darf ich einmal dran lecken? Was? Doch! Darf ich dran lecken? Ja. Aber wir müssen doch den Moment gemeinsam gegießen. Ja, dann leck doch mal dran. Ich bin jetzt richtig gespannt. Ja, hast du Bock drauf? Ja, auf jeden Fall. Manchmal brauche ich das ja auch. Ich stehe ja auch scharfes Essen und ich mag auch, wenn man so richtig so depressive und leck mich dran ist. Wenn so richtig depressive ist, dann so... Demut davor. Demut oder Erfurt? Oder Erfurt. Oh lord. Oh lord. Das ganze ganze Mal, dass ich... Ja, dann... Cheers. Cheers. Cheerio. Puh. Jetzt kommt das Salz drauf. Okay, brauche ich ein bisschen. Boah. Kann man ausziehen, oder? Brauche ich nicht mehr. Lange die erstens auf. Nein, 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 nein. Ich will lange. Hm. Hä? Boah. Alter, du schluckst. Noch habe ich nicht geschluckt. Ja? Ja. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Brauchen wir ein bisschen. Wir werden auf jeden Fall gerade scherben. Momentan ist es... Oh fuck. Oh, die Zunge blitzelt schon. Was machst du? Wann? Hast du dir noch die Finger abgelenkt? Ohhhh. Es dauert ein bisschen, aber... Es kommt doch nicht mal. Ja, das ist doch schon lange aus. Wie lange? Das ist doch auch. Bis es unerträglich ist. Hö. Uuuh. Oh. Oh. Oh, das ist ganz klein. Ah. Was auch passiert? Oh, das fragt. Es wird doch wehen. Eigentlich denke ich mir die ganze Zeit, okay, es geht. Ich dachte so, ich kann nicht schweißen. Oh nein, das war doch nicht. Sau interessant, erzählen wir mehr. Haben wir Tempos da eigentlich? Das kannst du auch drehen natürlich, oder? Ein Bad ist, glaub ich, für ein Papier. Ja, ich hab ein neues geholt, aber... Nee, ich muss mich einfach auf den Weg gießen. Okay, es wird beschwindig. Darf ich die Milch trinken? Hier ist der Eimer. Ja, kein Eimer. Geh weiter. Lass sie, lass sie wollen laufen. Ey, wer hat noch einen? Wollen wir uns den dritten Chip teilen? Ich bin nicht so ein Mensch der... Wollen wir uns den dritten Chip teilen? Ich bin nicht so ein Mensch der... Ich bin kein Ego ist. Ich teile ihn gern mit dir, den dritten Chip. Das ist aber sehr nett. Hatten willst du einen Schluck Milch trinken? Noch nicht. Okay. Nein! Ich hab keinen Sinn, was ich sagen wollte. Nein! Der Hintern hat heute... Was? Hast du nicht gemacht? Hast du nicht gemacht? Nein! Du würdest eigentlich erstmal schon Bier trinken. Aber das ist nicht schön. Boah, nee, Mann. Wow! Wow! Gott! Ey, für einen kurzen Moment dachte ich, eigentlich mach ich jetzt mehr. Nee, nee, nee! Ich hab Bier trinken. Ich hab Spanien auf die Zunge gesagt. Er weiß gar nicht, was er verpasst hat. Gibt es noch Schärfere zu kaufen? Nee. Was? Enttäuscht. Die Berliner Currywurst hat angeblich 7,7 Millionskuchen. Okay, die Currywurst, dann geben wir auch hin. Wie war das? Dein Mann, da musst du in der Gewürzfabrik arbeiten. Denn du bist kein Schönscher. Wenn du so eine Frau... Also pass auf, wenn du so eine Frau ansprich, ne? Das ist das eine, den ich schon mal aufzubringen. Aber dann doch noch... So. Funktionieren zu. Tausend Prozent. Das ist das eine Frau. Wenn du so eine Frau ansprichst. Wenn du so eine Frau ansprichst. Wenn du so eine Frau ansprichst. Aber bei dem Scherf ist es so. Das ist das Scherfeste. Das ist das Scherfeste. Das ist das Scherfeste. Ja. Können wir mit dazu noch den dritten Chip probieren? Pass auf, meine Frage ist. Wird die Scherfe dazu addiert und es ist noch viel schärfer? Oder kann einfach nichts noch passieren? Und das, was gerade ist oder was vorhin war, passiert einfach nicht. Das ist unser Ausbild. Alright. Willst du das kleinere Stück? Das ist deins. Wenn du mich schon so fragst, dann ist es deins. Wenn du mich schon so fragst. Ja, aber das ist doch größer. Das Ding ist, weil du dich schon so fragst, ist es jetzt deins. Also das kleine Stück mit dem On Top. Oh no. Das ist jetzt deins, weil das schon angefasst wurde. Jetzt ist es ein kleines Stück mit einem kleinen Stück mit einem kleinen Stück. Oh Top. Ich nehme den Quadranten hier. Als ob wir eigentlich behindert sind. Dumme würden jetzt sagen 2 Millionen Skubill. Und 2 Millionen Skubill sind ja 4 Millionen Skubill. Was? Was? Das ist nicht gut für deine Gesundheit. Weißt du, wer das sein will? Oh, die sind so dumm meine Akne auch. Schöne, was ich meine. Überleg mal. Der letzte ist, wir haben unsere Atmen heute schon gemacht. Stimmt. Ciao. Ich habe auch gerade gehofft bei den Schäften. Ah, das macht viel schlimmer, Alter. Ja. Wir haben immer noch schon Diagnome. Ah, im Ernst. Was? Wohin? Ich wollte jetzt hier die Abmoderation machen. Ja, Freunde, Freunde der Nacht, Freunde der gepflegten Nachtgereihe und Freunde des scharfen Essens. Und das war die, das ist gut, Hatschek-Challenge, Freunde der gepflegten Volksstanzer-Nachtmusik, Freunde der gepflegten, Freunde der gepflegten, Freunde der gepflegten Nachtgereihe und Freunde des scharfen Essens-Ware nicht gut, war schon gut, Freunde, Freunde des scharfen Essens, Freunde der Hard-Challenge-Challenge-Challenge-Challenge. Uns ist warm, uns brennt der Mund, beste Leben.